Moin Leute, das ist das neue Canon 70-200mm f4 in der zweiten Generation. Die beiden Linsen drehten heute gegeneinander an, nicht etwa weil die Bildleistung so unterschiedlich sei, sondern vielmehr weil wir euch bei der Kaufentscheidung helfen möchten. Beide Objektive unterscheiden sich vor allem erstmal von ihrer Größe her. Das 2,8er ist deutlich schwerer und breiter als das Fliegengewicht mit der 4er Blende. Etwas günstiger wird es beim Filter kaufen mit der 4er Version. Dafür wird nur ein 72mm Filter anstelle eines 77mm Filters benötigt. An der Seite gibt es jeweils Schalter für die Naheinstellgrenze, einen zum Umschalten zwischen dem manuellen Fokus und dem Autofokus, zum Ein- und Ausschalten des Bildstabilisators. Dazu gibt es zwei verschiedene Modi. Einen für Freihandaufnahmen, zum Beispiel im Dunkeln und einen für Aufnahmen beim Schwenken. Beide Zoom- und Fokusringe fühlen sich wertig an. Kein lästiges Kratzen oder Klappern wie bei manch anderen Herstellern. Ruckelt ihr allerdings mit der 4er Version könnt ihr den Bildstabilisator klappern hören. So ähnlich klingt auch das 100er Makro in der 2,8 Version von Canon. Nicht erschrecken, alles okay. Das Geräusch macht die 2,8er Version übrigens nicht. Auf der Oberseite beider Objektive findet ihr eine Distanzanzeige. Nur die 2,8er Version kommt bereits mit einer Stativhalterung. Wer eine für die 4er Version benötigt, wird wohl oder übel mehr als 100 Euro für das Original ausgeben müssen. Wer viel unterwegs ist, wird merken, dass es ein wahrer Segen ist, die 4er Version bei sich zu haben. Anstelle der deutlich schwereren 2,8er Version. Wer eine Kamera mit guter Lowlight Performance besitzt und nicht ständig im Dunkeln fotografiert, wird mit der 4er Version bei Tageslicht deutlich besser bedient sein. Denkt auch daran, dass ihr nicht immer viel Platz in eurer Fototasche habt. Zusammen mit meiner 5D Mark IV habe ich mit beiden Objektiven meinen Spaß. Klar, die 2,8er Blende bei Dunkelheit, aber an meiner 5D Mark IV mit ihrer guten Lowlight Performance zumindest komme ich auch mit der 4er Blende in vielen Situationen zurecht. Gehen wir zuerst auf die Schwächen beider Linsen ein. Chromatische Aberrationen findest du bei beiden Objektiven recht wenig. Hier und da mal in einer Ecke und das war's schon. Etwas besser, mit weniger chromatischen Aberrationen schneidet die 4er Version ab, die ja auch gerade erst geupdatet wurde. Weiter geht's mit der Vignettierung, also den dunklen Rändern. Zwar bekommt ihr die mühelos mit Adobe Lightroom weg, doch werfen wir trotzdem mal einen Blick darauf. Bei der 2,8er Version müsst ihr ungefähr bis 5,663 abblenden, um wirklich gar nichts mehr an dunklen Rändern zu sehen. Bei der 4er Version ungefähr bis 7,1, 8,0. Wie gesagt, nichts was Adobe Lightroom nicht in den Griff bekommen würde. Letzter Härtetest für die beiden Objektive, die Streulichter. Dem einen Freund das andere Light sieht auf jeden Fall toll aus für alle Porträts bei Sonnenauf und Sonnenuntergang. Bei direkter Sonneneinstrahlung gibt's die wenigsten Streulichter. Haltet ihr die Objektive im indirekten Winkel gegen das Licht, sieht das Ganze schon etwas anders aus. Vor allem macht sich das Ganze beim Film bemerkbar. Sieht bei vielen Aufnahmen gut aus und bei einigen eben nicht. Die Aufnahmen findet ihr auch als Download. Mit Hilfe des Fokusrings könnt ihr ganz leicht im manuellen Modus den Vordergrund vom Hintergrund trennen. Vor allem Filmer dürft es freuen, dass beide Ringe ohne großen Widerstand laufen. Der Fokusring des 70-200er 2,8 ist allerdings etwas größer und fühlt sich etwas wertiger beim Drehen an. Wer aus der freien Hand filmt, hat zusätzlich noch das höhere Gewicht beim Fokussieren. Neben Sport, Events und Hochzeiten eignen sich beide Objektive perfekt für Tierfotografie. Einzige Bedingung, ihr könnt leider nicht ganz so weit weg sein. In Frankfurt laufen ja nicht ganz so viele wilde Tiere durch die Gegend, dass wir mal wieder gezwungen waren in den Frankfurter Zoo zu gehen. Eigentlich könnten wir uns eine Dauerkarte holen. Der Autofokus taugt bei beiden Objektiven was. Egal ob ihr im Live View oder doch ganz klassisch über den Sucher eurer Kamera fokussiert. Großer Unterschied bei beiden Modellen ist natürlich die 2,8er und die 4er Blende. Stellt sich natürlich die Frage, welches der beiden Objektive sich für Tierfotografie jetzt besser eignet. Fotografiert ihr die meiste Zeit bei Tageslicht und blendet sowieso ab, sehe ich keinen Grund für die 2,8er Version. Fotografierst du im Wald, bei Dämmerung oder auf Nachtsafari bringt dir die extra Blende auf jeden Fall etwas. Dabei spielt natürlich eure Kamera eine große Rolle. Mit einem APS-C Sensor macht es zwar den Anschein, dass ihr näher am Geschehen seid, doch der Kleinbildsensor, eure 1DX oder 5D spart euch einiges an ISO. Beide Objektive verfügen über einen Bildstabilisator. Der hilft euch vor allem beim Filmen oder bei Aufnahmen in der Dunkelheit. In dem Fall hilft ihr euch natürlich noch mehr an dem 2,8er Objektiv als an dem mit der 4er Blende. Ihr könnt längere Verschlusszeiten bei Dunkelheit nutzen, wenn ihr die Fotos aus freier Hand schießt. Mit der 2,8er Blende und dem Bildstabilisator könnt ihr natürlich noch längere Verschlusszeiten nutzen als mit der 4er Blende. Bist du Filmer? Dann macht es deutlich mehr Spaß mit ruhigen Aufnahmen als mit zu viel Gewackel. Zwei verschiedene Modi stehen euch dabei zur Verfügung. Mode 1 für alle Richtungen und Mode 2 bei Objektivverfolgung. Ums einfach zu halten. In Sachen Schärfe nehmen sich die beiden Objektive nicht viel. Die 2,8er Version in der 2. Generation hat natürlich schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, liefert euch trotzdem enorm gute Ergebnisse. Auf meiner 5D Mark IV haben beide Objektive ihr Bestes gegeben und man muss wirklich schon sehr weit reinzoomen, um irgendwelche Unterschiede feststellen zu können. Dazu gibt es alle Fotos als Download, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der alten Brücke in Frankfurt habe ich mir noch die Zeit genommen, um euch einen Brennweitenvergleich zu machen. Vielleicht ganz nützlich für diejenigen unter euch, die vielleicht keine Vorstellung davon haben, wie viel 200mm sind. Mit diesen Zeitrafferaufnahmen solltet ihr wissen, was auf euch zukommt. Beide Objektive könnt ihr übrigens auch an den Einsteigerkameras von Canon nutzen. Egal ob ihr eine Canon EOS 200D, eine 80D oder vielleicht sogar eine EOS 2000D benutzt. Es handelt sich jeweils um EF Objektive, die auf den APS-C Kameras und Kleinbildkameras von Canon funktionieren. Wer gerne über den Live View fotografiert oder fokussieren möchte, wird dabei keine großen Probleme haben. Ein Fingertipp auf den Monitor eurer 5D Mark IV und der Fokus sitzt binnen weniger Sekunden. Dabei braucht es ca. 1,5 Sekunden, um von dem Vordergrund auf den Hintergrund scharf zu stellen mit beiden Objektiven. Ein weiterer Grund, sich ein 70-200mm Objektiv ins Haus zu holen, ist vor allem für tolle Porträts. Ich habe das 70-200mm f2,8 für alle Hochzeiten als Standardobjektiv auf meiner Kamera und auch für viele meiner YouTube Videos ist das ein viel genutztes Objektiv. Wenn ihr mal in Frankfurt unterwegs seid, dann kommt unbedingt mal zu Drinksmith nach Sachsenhausen. Hier gibt es gutes Bier und geile Cocktails natürlich. Auch perfekt um Daniel, den Barkeeper bei der Arbeit zuzuschauen. Hier kommt die Stärke des 2,8 Objektivs deutlich zur Geltung. Denn sobald das Licht etwas schwächer ist, kommt ihr auf jeden Fall zu besseren Ergebnissen mit dieser Version des 70-200mm Objektivs. Wenn ihr euer Geld mit Hochzeitsfotografie oder als Eventfotografen verdient, rate ich eher zur 2,8 Version, damit ihr nicht mit der ISO allzu hoch gehen müsst. Einen Abend hatte ich sogar die 4er Version im Gipsenclub in Frankfurt dabei und da ging fast nichts unter ISO 6400 an meiner 5D Mark IV. Das schönste wie immer zum Schluss, die Hintergrundunschärfe sieht trotz des Blendenunterschieds fast gleich aus. Natürlich gibt es noch mehr mit der 2,8 Version, fällt aber im finalen Foto kaum auf. Entscheidend ist die Qualität der Hintergrundunschärfe und die schaut sehr gut aus. Perfekt um Objekte oder Gesichter vom Vorder- oder Hintergrund zu isolieren. Seid ihr noch nicht überzeugt, dann downloadet euch doch einfach einige der hier gezeigten Beispiele. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zum Fazit. Das neue 70-200mm F4 steht der 2,8 Version in nichts nach, außer der Lichtstärke. Welches ist also das richtige Objektiv für dich? Beide überzeugen durch einen schnellen und zuverlässigen Autofokus an der 80D und der 5D Mark IV. Der Bildstabilisator leistet an beiden Modellen eine ordentliche Arbeit. Die Schärfe ist bei beiden Objektiven auch bei Offenblende sehr beeindruckend. Das 2,8 ist besser bei Aufnahmen im Dunkeln wie etwa Konzerte, Fotografieren in der Kirche oder im Wald bei Dämmerung. Ist dafür aber deutlich schwerer und größer. Die 4er Version ist kleiner, um einiges leichter und handlicher. Steht der 2,8 Version in Sachen Schärfe in nichts nach. Fotografiert ihr größtenteils bei Tageslicht. Spart euch das Geld und greift zu günstigeren Alternativen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich sage Danke an alle, die mir bei diesem Video geholfen haben. Das Objektiv gibt es bei GM Foto in Frankfurt am Main. Vergesst mir nicht zu schreiben, wofür das Objektiv bei euch zum Einsatz kommt. Bis dahin, tschö mit ö! Tschö mit ö! Dschö mit ö!